Hallo miteinander, da ist Ruth, Ruth Aschiliere, ein Coach für mehr Lebensqualität. Okay, ich habe ja aufgerufen zu diesem Zoom, dass wir uns unterhalten über die Sprache. Nein, nicht unterhalten, wir wollen uns die Worte auf der Zunge zergehen lassen. Wissen, spüren, reinfühlen, so wirklich kosten, was ist das Wort für mich? Was bedeutet es für mich? Was bringe ich in Zusammenhang? Und da starten wir so schnell wie irgend möglich. Macht bitte in der Gruppe mir einen Vorschlag, wann die beste Zeit für euch ist. Und dann reden wir nicht mehr von, ach, du musst raus aus dem Stress. Und alles ist agil und resilient. Nein, wir fangen bei uns an. Was macht die Sprache da im Kopf mit dir, mit mir? Wir sinnieren. Und Einstein hat es wunderbar gesagt. Ich habe immer sinniert und dann habe ich den Dingen Worte gefunden. Worte, damit du und ich es auch verstehen. Und wir möchten ein bisschen weitergehen, Gefühle reinbringen in dein Inneres, in deine Sprache. Also, see you there. Das war wieder die Ruth. Dein Coach and Facilitator für mehr Lebensqualität. Das war wieder. Bis zum nächsten Mal.